Ganz einfach gesagt, es stimmt für mich einfach so nicht mehr. Die Opfer, die man bringt, damit man erfolgreich sein kann, die sind in letzter Zeit einfach sehr schwer gewogen für mich. Ich bin jemand, der sehr gerne Struktur hat, der sehr gerne geplant, das im Beachvolleyball eher schwierig ist, wo man eher Flexibilität gefrügt ist. Das viele Reisen, das immer weg sein von den Freunden und der Familie. Ja, es hat mir immer mehr Mühe gemacht. Und am Schluss hat es irgendwie nicht mehr gepasst. Es war überhaupt keine einfache Entscheidung, aber ich glaube, es ist der Richtige. Die Entscheidung von Nico, zurück ins Indoorvolleyball zu gehen, ist für mich nicht so überraschend gekommen. Ja, wir haben viele Gespräche geführt, auch schon Ende letzter Saison, die können wir erfolgreicher sein oder konstanter erfolgreicher sein. Also ich meine, wir hatten schon sehr schöne Erfolge und hatten sehr hohe Ziele. Ja, aber die wird zu wenig konstant für uns erreicht. Der Sieg in Edmonton, der dann die Goldmedaille um den Hals bekommen hat, das war ein extrem schönes Gefühl für mich. Ich habe die Medaille so oft gesehen, und dann immer gedacht, man, ich will unbedingt zu einer, und dann muss ich keine haben. Ja, ich habe sie nicht nur mehr zum Schlafen abgezogen. Ich bin extrem dankbar, dass ich es so habe machen dürfen. Und ja, irgendwie ein grosser Dank an Marco, an Alexei, an den ganzen Verband, an mein ganzes Umfeld, das mich da ja immer begleitet hat. Weil schlussendlich sind zwar zwei auf dem Feld gestanden, aber es sind viel mehr dahinter, und ohne all diese wäre das nicht möglich gewesen.